Jetzt will der Typ noch mal entscheiden, wer dran ist. Toll! Okay, Paul fängt an. Das heißt, Paul ist jetzt Präsident. Paul, nimm das Präsident an dich. Ohne zu schreien, bitte. I am Präsident. Er ist Hitler. Ey, Präsident! Okay, gut, Paul ist Hitler. Gut, Paul darf jetzt seinen Kanzler auswählen. Deswegen überlebe ich keine Runde Secret Hitler, wegen so einem Mikro. Hä? Ich hab nichts gesagt. Paul darf jetzt einen Kanzler auswählen. Weiter. Nimm Kado. Nimm Tim. Tim hat dich gewählt. Ich hab nur gewürfelt. Ja. Tim hat dich gewählt. Ja, bitte mach's nicht so spannend. Wer bekommt es? Nenn ich Tim. Nenn ich nein, nein. Nenn ich nein. Nenn ich nein. Vor allem will ich nicht bei Paul Kanzler sein. Dann drückt mir gleich drei Faschistenkarten in die Hand. Das war ja fast so spannend wie bei RTL. Ich bin bereit, ich weiß, wenn ich... Also ich bin dafür, nur Menschen mit Duftkerzen kommen raus. So, passt so. Leute, jetzt müsst ihr... Nenni, erst legst du vor dich, Schatz. Jetzt müsst ihr jetzt da hinlegen, ob ihr sagt ja oder nein. Achso, aber umgedreht. Ob ihr wollt, dass Dennis... Kannst du das. Das bitte umdrehen, Dennis. Das heißt, du nimmst jetzt eine der beiden Karten, ob du kannst... Also entweder ja oder nein, dann dreht ihr die um und dann wählt ihr. Bevor du es so willst, Dennis. Ich glaube, wir hatten mal echt eine Runde, da hat einer das dann mit dieser Wind umgedreht. Was hast du gesagt, Paul? Du musst jetzt dafür stimmen, ob du Kanzler werden willst oder nicht. Mit dieser ja oder nein Karte. Und dann... Die drehst du vorher um. Die drehst aber vorher um. Was da drauf steht... Ja, bevor du die raus... Ich soll sie umdrehen. Das habe ich gerade dreimal gesagt. So. Ich weiß auch, jetzt ist das ja steht. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr umdrehen, Lappen. Der Rest wird ja umgedreht. Und dann habe ich sie rausgezogen. Oh, 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 oh. Was ich jetzt schon für eine Meinung habe. Ja, nein. Ich glaube, niemand mag, Dennis. Nein, obwohl er ihn zum Kanzler gemacht hat. Das würde sehr lange Runden. Okay, Paul. Hä, das mache ich immer. Das mache ich bei jedem. Herr Paul, bist du dumm? Jetzt ist der nächste dran. Tim, du bist der. Ach, ich darf meine Karte wieder nehmen. Ja, die behältst du immer. Sollte ich mir einen Kanzler aussuchen, ne? Ja. Du musst aber spannend machen. Du musst eine 8 über den Tisch fahren. Eine 8! Ja! Hä, das ist ein Paller, nicht du? Meine Karte wird echt spannend, was ich hier entdecke. Ich glaube, er nimmt ja. Gut, Dennis umdrehen und dann hinlegen. Dennis vorher umdrehen. Oh, wo wir sie noch nicht sehen jetzt. Genau umdrehen und jetzt die Karte rauslegen, die du rauslegen willst, ja? Halleluja. Weißt du, welche du rausgelegt hast? Du hast mich beide verdeckt und dann irgendeine genommen. Weißt du was? Warte, warte, warte. Ich mach's besser. Ich mach's besser. Okay, 3, 2, 1. Ey, das hatte ich sogar eben draußen. Hä? Ah, Dennis, du motherfucker, warum liebst du mich nicht? Ja, weil Dennis eben nicht gewillt wurde. Da ist jetzt einfach... So hättest du drei Polizikarten ziehen, ne? Und eine weglegen kann. Dennis, wir drehen alle um und Dennis rotiert so. Ach, Herr übrigens, während man die Karten von A nach B geht und noch keiner aufgedeckt ist, darf man nix sagen darüber. Das ist eine Regel. So, ich packst uns ganz langsam hin und wir sehen. Ah, Tim ist ein guter Mann. Info, ich habe übrigens zwei Faschisten, eine Liberale gezogen, ich habe Patrick die Wahl gelassen. Hey, wie kann ich die Karte jetzt genauer angucken, die da liegt? Ob das ist egal, das braucht mich. Es ist einfach nur, ja, wenn du mit all drüber fährst, dann siehst du es besser. Jetzt als der nächste Präsident. Ah, das ist gut. So. Kude Lupe. Du darfst den Kanzler noch mal nehmen, aber keiner, der vorher Präsident oder Kanzler war dafür, jetzt von dir als Kanzler. So, mit der Patrick noch eh sind hilfbar. Eine riesige Auswahl, also. Nämlich Dennis. Also bei dir halt jetzt in dem Stückchen Falle. Hallo, das bin ich. Wieso, das schild dir nicht? Welches? Nö. Ich habe das nicht. Nein, meine Freundin hat das Präsidentenschild bei sich nicht. Achso, ich dachte, ihr meint das, ich habe kein anderes. Ne, genau das, das musst du auch jemandem geben, aber das Präsidentenschild nicht. Ne, ich habe kein Präsidentenschild. Ne. Egal, das Präsident, merkt ihr das einfach gerade. Also du bist... Oh, okay, ich bin Präsidenten und ich habe jetzt den Blauen gewählt. Ja, du hast Demian gemeldet. Du hast den Blauen gewählt. Bist du blau, kriegst du Frau. Nun alle bereit, umzudringen, dann werde ich jetzt ja auf drei runterzählen. Eins, zwei, drei runterzählen. Hä, du zählst von... Ihr liebt mich alle drei runter. Tim, ich ziehe auf drei runter von eins. Eins, zwei, drei. Hä? Runter auf drei. So, was mache ich jetzt als Kanzler? Äh, mal was du auch. Katrin muss jetzt gleich drei Policy-Karten ziehen, dass man machen muss. So, wer fährt hier von dem? Also, das muss ich machen. Du ziehst die in deinem Mentor unten rein. Zu dir. Ja. Nein, nicht zu Nico. Zu dir. Nee, ich mache doch gar nichts. Nico, geht mal wieder her. Ach, ich habe es noch meine große Garten. Nein, nicht zu dir. Ich muss das machen. Katrin sieht jetzt gleich drei Policy-Karten. Kann sie umdrehen und kann danach eine, egal welche, weglegen und gib dir die anderen beiden. Du legst dann nochmal eine weg. Äh, genau, muss ich verdeckt weglegen. Du legst dann, äh, hast dann zwei zur Auswahl. Kannst nochmal einen auf diesen Stapel hier legen und musst die dann, die du übrig hast, auf einen dieser beiden legen. Das ist das anstrengende Spiel. Kannst du nicht mal ein bisschen leiser reden oder so? Ja, doch, aber ich versuche halt zu erklären. Das ist meine Erklärstimme, Entschuldigung, das tut mir leid, danke, Paul. Und die gebe ich, die tue ich dir hier hin, ne? Ja, ja, die kann er sich selber reinziehen. Und die nimmt den jetzt auf, dreht sie in seinem Inventar, in seinem Inventar, in seinem Inventar. Ja. Fantastisch. Das andere wird zu dem roten Stapel, aber verdeckt. Jetzt verdeckst du wieder beide und tust eine weg. Gut gemacht. Und die andere drehst du jetzt einfach offen irgendwo hin. Ja. Oh, wieder liberal. Ja, ich hab ihm die Wahl gelassen, halt, ne? Ich trau ihm nicht. Alter, Dennis, verfickt doch mal hier. Er ist vielleicht nicht gut, was du tun hast, wenn er liberal. Dennis ist jetzt Präsident. Vielleicht bin ich auch Hitler, ein liberaler Gesetzgeber. Dennis, du musst jetzt das Kanzler-Ding irgendwem hinstellen, der keinen sohn Teil vor sich hat. Jetzt stell das gleich bei dir hin. Ich hoffe, alle wissen, wie Nico drauf ist. Ja. Schmeiß weg, Schuss. Hä? Wo ist denn meine Karte jetzt hingeflogen? Ja. Wo ist denn meine Mauldasche hingeflogen? Alter, bist du gerade von der Mauldaschei oder was ist los mit dir? Mit weniger Schwung. Einfach nur rausziehen und loslassen. Okay, dann sind alle bereit. Ja, hab ich gemacht. Das ist nicht so, wie wenn du deine 50er auf deine Hand ausbreitest und dann mit der anderen Hand drüber wischst. Weiter geht's, Nico, zieh runter. Drei, zwei, eins, umdrehen. Nico will es nur was sagen. Nur die verrückten Stimmen für Nico und Patrik. Dann ist Nico jetzt Präsident. Oh Gott, das ist auch nicht besser. Nein, nein, lass das da liegen, lass das liegen. Gut, ich überlege. Das Schiff geht jetzt hierhin, ne? Ne, ne, das Schiff bleibt erst noch bei ihr, weil da nicht was zusammengekommen ist. So ungefähr wie bei uns heutzutage, wenn es um die GroKo geht. Eigentlich wäre es jetzt Ironie, wenn du jetzt Dennis wieder zum Kanzler wählen wolltest. Aber dann müsste ich selber Nein werden. Ja, dann würde es wieder Nein gehen, was? Hör auf. Dennis, hör auf, deine Karten wieder zu drehen. Dennis, übrigens, umdrehen. Q und E zum Linkst- oder Rechtsdrehen. Jedes Mal, wenn die Wahl übrigens nicht zustande kommt, wird das hier ein zweiter gesetzt. Und wenn das hier bei dem letzten Punkt ist, gibt es eine zufällige Politik. Was war denn die Wahl gerade? Ob ich kann oder werde oder nicht. Achso, ja klar. Es gibt nur die Möglichkeit, ob jemand Kanzler wird oder nicht. Du musst dich mal fragen, was für eine Wahl. So, ich zähle jetzt hoch bis drei, okay? Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. Katrin, dich werde ich enttäuschen. Du hast dich ja schon damit enttäuscht, dass du jetzt gewählt wurdest. Ja. Ich habe ein Wahlversprechen erfüllt, ja. So, Nico weiß, wie es geht. Nico ist bestimmt Faschist. Du hast keine Faschokarten. Du hast keine Faschokarten. Mit mir, dich habe ich die falsche Karte weggebrochen. Du bist jetzt locker so ein Faschok, Alter. Alter, du Faschok, du. Oh mein Gott. Du darfst nicht reden. Jo. Oh. Du darfst nicht reden. Also Leute, ich werde jetzt verifizieren. Du darfst nicht reden. Du darfst immer noch nicht reden. Alter, ey. Du darfst immer noch nicht reden. Warum darf er nicht reden? Nein, du darfst nicht reden, der hat für die beiden nicht reden. Hitler umbringen. Wow. Hatte ich einen liberalen Gewinn ja gleich. Ich weiß, Leute. Haben wir Faschisten? Danke für das Vertrauen. Ich habe euch nicht enttäuscht. Außer Katrin. So. Moment. So, jetzt muss ich mir an den Kanzler wählen. Katrin, deswegen Faschok. Enttarnt. Deswegen habe ich auch schon den Gruß gemacht. Enttarnt. Bitteschön. Karten raus. Wie keiner mich zum Kanzler macht, ey. Ja, das ist wichtig. Ja, keiner weiß halt, wie du drauf bist, weil du random bist. Ich habe vorhin Patrick voll die Wahl gelassen, Alter. Voll die Wahl. Tim ist ein sehr guter Mann. Nein, habe ich nicht. Und Hitler. Nein, habe ich nicht. Noch hast du, du Lappe. Nein, habe ich nicht. Lüg mich nicht. Lüg mich Janik an. Lüg mich Danfallblock. Okay. Eins, zwei, drei, umbringen. Eins, drei, vier. Lol. Katrin ist nicht Kanzler. Ja. Boah, Alter. Ich habe meine Stimme nicht gewesen, ne? Dann wäre es unentschieden. Wow. Dann wäre es auch nicht gewählt worden, weil es eine Mehrheit braucht. So, der nächste Präsident. Ja, ich muss auch entweder ja oder nein stimmen. Ja, eben. Aus dem kannst du auch gar keine. Nein. Demi, das bleibt hier immer noch. Das ist wie die Gro... Demi, ich schläge mit dem Schütz, wenn ich das in echt bekomme. Okay. Ja, gut. Dennis wird so nicht, kann ich da oder Präsident werden. Alles gut. Hey, ich war schon Präsident. Hm. Das gefällt mir. Ich war schon mal Präsident. Das ist wie Martin Schulz und Angela Merkel zwischen den beiden. E-cool. Will bitte? Rauswählen. Achso. Äh, warte, ich muss nochmal, ich muss meine Karten angucken. Du wählst, du möchtest, bitte auf die zu drehen. Alter, ich... Ich drehe meine eigene Karten nicht. Okay. Drei. Menschen drehen meine Scheißkarten. Drei. Ja, ich bin Kanzler. Ich bin Kanzler. Wenn wir mal auf diese Merkel-Schulz-Koalition hier klappt. Also kann ich zurück. Ja, zieh. Ja, okay. Zieh, 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 zieh. Das Ding können wir zurückstellen, ne? Ja, können wir wieder. Wollt ihr das? Das ist deine Mutter, Dennis. Deine Muda. Dennis, warum guckst du die Hand von Katrin an? Ach, was ist die Hand von Katrin? Weil sie wunderschön ist. Ja, okay. Ich stelle mir gerade Dennis im VR vor. Was mache ich hier? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das überhaupt funktionieren sollte. Ich sage doch, Tim Schüttler. Ich will dich kurz anmerken, ich hatte keine Wahl. Tim ist richtiger Hitler. Wie viel? Ich hatte keine Wahl. Tim ist Fascho. Ich hatte keine Wahl. Er hatte auch keine Wahl. Ich überlege gerade. Kala ist Hitler. Halt dein Maul. Kala ist Hitler. Nein. Wir haben jetzt drei blaue in Folge gezogen. Ja. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass das so weitergeht. Nein, 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 nein. Blau ist die Weltherrschaft. Wie gesagt, Tim ist Hitler. Hä, wieso bin ich Hitler, Alter? Ich habe keine Wahl gehabt. Was hat sogar Patrick zugegeben? Ja, aber Tim ist trotzdem nicht. Ja, aber Tim und Carlos stecken unter einer Decke. Das sind beide Faschos. Wir haben eine blaue zusammengelegt. Ja, halt bitte dein Maul. Paul, bitte wählen Sie jemanden. Es fehlen jetzt noch zwei Liberale. Den Spacken? Wie liberal. Ja, wenn noch zwei liberale Karten sind, haben wir... Das heißt, den Spacken. Das war cool. Wobei ich weiß, kam bei dir bisher keine Kacke zusammen. Weißt du warum? Weil du doof bist. Ich habe ein liberales Gesetz durchgebracht. Ja, ich auch, weil ich vollkönig wahr gelassen habe. Ich habe noch gar nichts gemacht. Sonntag zählt aber nicht, ne? Okay, sind alle bereit? Außer Tim und Dennis? Ja, ich bin bereit. Achso, ich bin bereit. Ich bin bereit. Sollte, du hast gerade den Dennis gemacht. Ja. Oh. Warte, ne, ich habe eigentlich die hier gelegt. Danke, also die Hoffnung ist, dass du keine Stumpen senden wiederhergestellt hast. Yeah, ich bin Elb-Präsident. Tim ist voll der Diktator, der vereint alle Ämter auf sich. Nein, Tim. Das geht doch nicht, du Lapper. Ah, ne, stimmt, er war ja Präsident. Stimmt, er war ja Präsident. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist eine ganz klare Vetternwirtschaft hier. Hey, bitte. Das ist echt Vetternwirtschaft, Mann. Auch wenn die keine Vettern sind. Das blaue Teil ist bei mir. Tim, das heißt, du bist nächste Runde dran. Oh. Danke, Tim. Danke für alle anderen. Ja, das haben eh alle schon gelegt. Nein, nein, nein. Tim, der die Vetternwirtschaft. Tim wird jetzt ganz genau drei Rote geben, Katrin. Vertrau mir, weil Tim... Ich kann dir eh nur zwei Karten geben. Wie soll ich dir da drei Rote geben? Du schaffst das. Ach so, oder? Und es ist rot. Ach. Schön, ich habe echt drei Faschisten-Karten gezogen. Ja, habe ich dir ja gerade gesagt. Genau. Ja, so. Wie ist es los hier runter? Ja, weil ich kurz lesen will, was da stand, damit alle zuhören können. Ach so, ich darf jetzt natürlich die Identity von jemandem lesen, ne? Das heißt, die Party-Membership, nicht deine Secret-Role, falls du Dennis nimmst. Äh, ich möchte gern wissen, was Paul ist. Ich nehme mir das mal, ja? Aha. Ich muss es ja nicht sagen. Ich darf es ja für mich behalten. Äh, wo ist das Teil hin? Du hast es in der Hand, verdammt nochmal. Ja? Ja. Darf ich dir was von deinem Hähnchen? Ja. Geil. Geil. Kriegen wir das von deinem Hähnchen? Ja, geil. Geiles Hähnchen, ey. Geil. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Der ist sondergestammelt, gerettet. So. Wählen. Drei, zwei, eins. Oh. Ich hatte gerade übrigens nicht reingetappt. Oh, eins. Kriege ich jetzt irgendwie einen Bonus dafür? Jeder liebt Dennis. Ich bin Dingens. Du bist die Frau mit dem Pinne jetzt gerade. Dennis, das nicht immer? Ja. Ja. Vollkommen richtig. Ey, das finde ich ja voll gemein. Dennis, äh. Oha, okay. Dennis, ich an. Ja. Okay, aber du sagst, wo tue ich denn? Dann gehen sie nicht sehr rot auf den roten Haufen. Auf den roten, hier, 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 rot, rot, rot. Aber er hat gesagt, der Präsident, der hatte nur Faschokarten. Dennis fand ich, ich hatte die Qual der Wahl. Und dann entscheidest du dich für eine Faschokarte. Okay, Dennis ist auf jeden Fall eine Faschisch. Ja. Faschisch. Also der Präsident darf jetzt den nächsten Präsidentschaftskandidaten wählen. Was bin ich gerade? Oh, ich darf was machen. Nimm Kallo, Karl hat's verdient. Ja, geh ich nimm Kallo. Ja, das ist Klärchen. Das heißt, Patrick darf jetzt den Kanzler wählen. Patrick vertraue ich, denn Patrick ist ganz sicher Faschok. Hä? Und Dennis hat ja auch gerade gesagt. Weißt du, du bist so zu random Nico, Alter. Oh, scheiße. Warum spielst du mit random Nico eigentlich? Faschok bist du auch Faschok? Ja. Kann ich zwei Sachen, oh, ich kann zwei Sachen gleichzeitig bewegen. Wow. Das ist verfickte Scheiße, lass die Dinger da liegen. Hey, cool, ich hab da ne Karte. Was bedeutet das? Patrick darf jetzt den Kanzler wählen. Du darfst nicht Dennis wählen. Tim ist bestimmt auch Faschok. Und Dennis auch. Was bedeutet diese Karte für mich? Ach, ist denn der letzte? Alter, für Nico ist alles Faschok. Es gibt nur zwei Faschos. Für Nico sind alle Faschok. Also Dennis ist scheiße. Nico, bin ich auch Faschok? Nein, du doch nicht. Du bist liberal. Okay, keine Ahnung. Wow. Also für den bin ich bestimmt safe, Faschok. Und ich bin frei. Hey, wie ist denn das? Wenn man die Liberalkarten voll hat, dann haben die Liberalistischen gewonnen, oder wie? Ja. Genau, und Faschist ist Hitler. Ah. So, und jetzt kommt noch eine neue Regel hinzu. Wenn jetzt Hitler Kanzler wird, haben die Faschos gewonnen. Oh, okay, weil der kann alle drei Karten dann legen. Nein, nein, sondern der hat dann einfach gewonnen. Das ist halt jetzt hier. Ja. Ah, okay. Muss dann noch eine Liberal genommen wird und danach... Äh, Kaller, bist du Hitler, wenn ja, dann... Nö, dann ist auch nicht egal. Nur wenn zwei... Ich bin... Ab jetzt. Hitler ist jetzt vorbei. Ach ja, genau. Den Kanzler, äh, gib mir Kanzler. Nein, den Kanzler wäre... Moment mal, das heißt, ich darf jetzt schon nicht Hitler treffen, ne? Ja. Ja. Scheiße. Du hast die Wahl. Nicht. 1 zu 5. Also du darfst Hitler treffen, aber er darf halt nicht gewählt werden, ne? Deswegen nimm nicht mich. Ja, okay. Dum, 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 dum. Na, okay, also mal schauen. Paul könnte Hitler sein, right? Er hat bisher nur liberal gespielt. Dum, 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 dum. Hä? Ja, Hitler versucht ja, liberal zu spielen, wenn er gewählt wird. Ach so, stimmt, am Ende, ne? Boah, das macht voll Sinn. Mega. Ja, und deswegen frag ich immer noch, nimm nicht mich. Also ich kann ja mal ganz kurz auflösen, als ich in Pauls Membership-Karte reingeguckt hab, stand da Faschist. das glaub ich nicht das ding ist einfach paul gerade einfach viel zu nett dafür und tim der schnitt wird ein bisschen suspekt ist wie so eine suspekte in der jahre ist ziemlich so ein bisschen ich muss mich ja nicht zum kanzler macht denn es hat vorhin gesagt ja ich hatte die wahl und habe die faschistenkarte gewählt den ja deswegen das hat ja schon gesagt also bin paul ich und denn es raus ich habe es nicht verstanden ich und denn es ist nicht weil ich bin ein faschist du bist also ich hab ich dann ist einfach nur geistig minder bemüttelt also nico will schon mal selbst nicht weil der ist mir viel zu random könnte alles sein also ich habe bis jetzt tatsächlich auch nur liberal gespielt aber einfach nur weil ich gar nicht daran gedacht habe dass hitler liberal spielt das ist mir überhaupt nicht ins sinn gekommen ja ne wenn du liberal wärst dann spielst du natürlich trotzdem liberal du spielst ja nicht das wäre dumm und jetzt deswegen ist die große frage wer von uns ist eigentlich wirklich dobbels der wohl am besten reden kann wer von uns kann am besten jetzt erst mal die frage wen wählt patrick ja patrick sollte und ich darf nicht hitler treffen den er nicht vermittelt würde ich sagen hat ihm das zählt patrick du nimmst paul weil tim ist hitler ja nimm paul aber ich dachte er ist fascho ja hey paul könnte ja locker fascho sein was ist das für eine logik ich sag ich bin was ob ich sagt pauls party männer schriftkarte ist fascho das heißt er hätte aber das ist ja klar aber das ist ja klar kann ich lügen aber ich sag's halt nur ja und deswegen ich habe aber ganz einfach beigelassen die intelligenteste person die du gerade wählen konntest wäre ich du spielst kommt du bist der randomste typ du bist dann du ich wäre für demi ohne schein ja demi ist eigentlich guter Dankeschön gut ich bin gegen demi dann weißt du nie kurz zu random anmerken dass tim ein dreckiger lügner ist das stimmt überhaupt nicht du hast ne faschokarte du behauptest ich bin fascho aber oder bin ich gar nicht fascho doch bist du ich habe reingekommen ich will nicht sagen aber wenn ich tim und paul sind fascho ja das ich bin nicht fascho man fickt euch doch jetzt ja warten wir gleich das ende des spiel ab ja dann wisst ihr alle dass ich nicht fascho bin ja wow paul also nur tim ist ein fascho weil der dann ist tim ja safe ein fascho wenn er sagt dass ich ein fascho bin wobei ich gar keiner bin also ich habe in deine shit party membership karte geguckt du bist fascho du brauchst doch gar nicht rausreden irgendwie ja okay ich rede mich ich rede mich nicht raus wir warten einfach bis zum ende der runde dann kann ich dich ins knie ich bin nicht raus zu machen paul du bist echt der schlechteste im diskutieren weißt du das eigentlich ist mir egal tim fackt mich halt einfach übel ab ich hab nie gewonnen nein das ist der sinn vom spiel ihr seid halt nicht im selben team also warum mich kann man nur so schlecht kannst du da so nur gewinnen weil bei dir ist gerade einfach wirklich nur dieses q was du dazu gewinnt ich habe nichts einzuwenden ob du hitler bist ich bin nicht gut dann kriegt nämlich jetzt diese karte er kann er auch lügen nein da sind dann wenn der hitler wäre dann hätten sie gewonnen nicht ins inventar nicht ins inventar nur vor dich nicht ins inventar nur vor dich ach okay das ist nur noch not hitler confirmed okay not hitler confirmed so und jetzt ziehe ich drei karten und das ding ist jetzt wird nämlich wieder eine faschistische politik rankommen und als erstes hat er jemand erschossen denn man erschießt immer den menschen der die wahrheit hier gesagt hat also mich nein ich sage ich habe ja doch ich werde als erstes die wahrheit sagen oder oder macht es richtig und er schießt hitler was in diesem fall in so vollkingsliebte vorgärte was wer wäre es deine meinung nach hitler überleg doch denn es war nämlich die einzige person die ich es so geil gesagt hat ja ich hatte die wahl du hast ja faschistisch gewählt denn es ist aber auch sehr verwirrt denn es ist einfach der weißt du da ist kein gehirn da ist einfach nur ein fragezeichen ich verstehe dieses spiel sehr gut wie ich gesagt habe und jetzt wird er auf mich schießen jetzt darf ich jemanden umbringen warum sollte ich auf dich schießen du hast nichts getan in diesem match nur dumm ist dumm bullshit gelabert dass du nicht gemerkt hast dass die ganze zeit eigentlich selber hitler warst hey paul vielleicht ist diese frau ich hatte keine maskerade also nico der grund warum ich dich erschießen würde weil wir uns dann gelaber nicht mehr anhören müssen also wenn er schieße patrick gut da beide fische er packt butter auf fische wasser weil sie redet mir zu viel jahre schießt him ab hey warum mit dem habe ich sogar zusammen zwei liberale karten gelegt er ist ein liebter versuchte alle hier zu outblähen und ich mag das ja und ihm versuchte mich zu anzeigen dass ich ich auch nicht auf umbringen wenn beide faschosen tim und karl dann kann ja habe ich doch jetzt auch nicht mein plan Sonst hat Kalle ja Tim zum Kanzler gemacht und ich mich. Also ich tippe auf Tims Freundin. Also könntest du mal eine Sache sagen? Erschieß bitte nicht Demi, weil Demi ist not Hitler-Koll-Fan. Ach so, wegen einem Hitler-Gruß? Ja, Demi würde ich auch nicht erschießen. Paul und Tim würde ich auch nicht erschießen, weil bei denen ist gerade 50-50, wer von denen liberal ist. Das ist scheiße. Nein, wer lügt und wer nicht, meinst du eher? Ich habe meine Meinung geäußert. Wer von euch liberal ist, ist eine 50-50-Chance, weil ihr nicht im selben Team seid. Das heißt, wenn ich von euch den Falschen treffe, dann sind wir am Arsch. Oder die sind halt beide Faschos. Und ich bin der dritte Fascho im Bunde. Wenn die beide Faschos wären, dann konfirmen die sich nicht gegenseitig als Faschos. Doch, das ist nämlich eine Idee, die Tim schon mal hatte. Ja, dann kill mich halt, dann seht ihr, dass Tim scheiß Lügner ist. Oh ja. Jetzt versucht die Paul auch noch das Opfer hinzustellen. Ja, ist echt so, ne? Ich bin ja auf dem Fascho, Alter. Ich bin doch gerade auf dem Fascho, Alter. Ohne Flachs. Tim einfach, Dennis, der ist safe Fascho, Alter. Kill Dennis. Hä? Oder kill... Das habe ich auch gesagt. Weil Dennis könnte ja auch Hitler sein, weil der hat ja gesagt, er sagt Fascho. Ja, aber guck mal. Guck mal, Tim versucht gerade davon abzulenken, dass ich vielleicht gekillt werden könnte, der rauskommt, dass er dann Lügner ist. Deswegen will er jetzt Dennis umgeben lassen. Nur kurze Information. Wenn auch immer ich erschieße, sobald die Patrone vor dem steht, darf der ja nichts mehr sagen. Außer, ob er Hitler ist oder nicht. Ja. Darf man drüber reden, ob man eine faschistische Karten bekommen hat oder nicht? Nein. Ja, darfst du danach. Aber dann natürlich die Membership-Karte wurde halt jemals schon aufgedeckt werden. Achso, achso, achso. Obwohl, doch, das durfte man doch die ganze Zeit schon sagen, oder nicht? Ja, ja. Ja, aber das heißt nur nicht, während du das machst, darfst du es halt nicht. Der ist so bald ein aufgedeckt. Dann darfst du sagen, Patrick hat mir die Wahl gelassen. Achso, äh, sie hat mir vielleicht nicht die Wahl gelassen. Sie hat mir zwei rote Karten gegeben. Du hast wohl gesagt, du hattest die Wahl und hast das gelegt. Alter, wenn er sagt, er hat die Wahl, ist ja obvious, dass er entweder prankt oder dumm ist. Okay, willst du, dass ich erschossen werde, oder wie? Alter. Genau. Komm, Patrick, triff deine Entscheidung. Ja, genau. Genau. Okay, also Demian töte ich nicht, Katrin töte ich nicht, weil es in den Karten sind. Und wenn ich einen von denen töte, könnt ihr mir auch mal nicht ins Wort fallen. Patrick, erschieß dich selber. Jetzt redet nur Patrick, jetzt redet nur Patrick, bitte, okay? Okay, also meiner Meinung nach ist bei Paul und Tim 50-50 Chance, ob ich einen guten von uns treffe, ja? Und wenn ich den treffen würde, dann wären wir am Sack, weil dann haben wir halt drei Faschisten und drei Liberale und dann kriegen wir keine Wahl mehr durch. Katrin würde ich nicht erschießen, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dennis, keine Ahnung. Nico ist einfach nur random. Und Demian würde ich auch nicht erschießen. Dankeschön. Entweder Dennis oder Nico. Oder dich selber. Mir fällt gerade ein passender Vergleich für Dennis ein. Dennis ist wie jemand in WoW, der eine Quest hat, ein Fragezeichen über dem Kopf. Nee, Dennis hat ein Fragezeichen, aber so oder so nur. Üblicher Spruch eines Faschos, ey. Ja, was sagt ihr, Leute, bitte? Ich weiß, was ist das Faschisten. Ich würde Finn 11. Ich würde Tim abschießen. Raus aus der EU. Weißt du, Nico, Dennis... Raus aus der EU. Ich würde halt echt auch Tim abknallen, weil der Dennis... Das war ein scheiß Lügen. Das ist so der einzige Weg, den ich noch sehe, raus aus der EU. Ich würde Dennis 12 nennen. Dennis? Ich würde Tim abknallen, weil der Dennis... Ich habe ihm die Wahl gelassen. Ich würde Dennis nehmen. Ich nicht. Alles... Möchtest du was sagen? Andernseits war es Tims Freundin sehr wichtig, dass er ihren Bildschirm nicht sieht. Ja, guck. Aha. Aha. Okay, die Kugel steht. Dennis, kannst du bitte deine Secret-Roll rauslegen? Ich bin das so richtig gewesen. Ihr Idioten. Ja, aber... Ich würde Tim abknallen. Dennis, die Secret-Roll bitte rauslegen. Nein, nicht die Secret-Roll ausholen. Bist du Hitler, ja oder nein? Nein. Gut, dann die Party-Membership nur. Nein. Ich muss er nicht rauslegen. Nein, wir dürfen nur wissen, ob er Hitler ist oder nicht. Nicht, was für eine Rolle er hatte. Sicher? Ja. Ja, aber das ist nicht so, warte. In den Regeln steht nur, dass er sagen muss, ob er Hitler war oder nicht. Ja. Den Rest dürfen wir trotzdem nicht wissen. Ja, gut, du weißt nicht, dass du von Hitler getötet hast. Ja, wow, jetzt wissen wir immer noch nicht ab, Dennis. Ja. Du darfst nicht mehr reden. Das kann ja sogar gewesen sein, dass er wirklich jetzt irgendwie so... Na, egal. Ruhe. Ja, jetzt zu spät. Keiner wollte Argumenten nehmen. So, jetzt ist Paul Präsident. Ja. Also, Dennis war auch nicht Hitler, oder was? Also, ich wähle jetzt einen Kanzler. Dennis war nicht Hitler. Okay. Aber vielleicht war er Fascho, das wissen wir jetzt halt nicht. Die Karte ist nutzlos, wir können ihn nicht mehr wählen. Wer auch immer die gerade erinnert. Okay. Alles hat seine Ordnung. Dennis, du bist tot, aber immerhin hast du diese schicke Karte. Du darfst nicht wählen, Dennis. Wer soll kannst du da werden? Nico. Aber bitte behalt die anderen zwei Karten im Inventar. Nico? Ich würde mir ja selber nicht trauen. Ja, vor allem Nico ist total random. Du bist random. Du sagst, ich bin Fascho, werde nicht erfahren. Du bist Fascho, Alter. Junge, du hast locker eh nicht in meine Karten geguckt, weil sonst würdest du es nicht sagen. Ich muss denn durch den Präsident, Digger. Ja, dann bist du halt ein Fascho. Naja, deine Mom ist Fascho. Okay, sind alle bereit, umgehen. Ja, jetzt drei gegen drei, ne? Ja, Neuwahl. Ja. Also, muss ich jetzt neu wählen, oder? Nein. Nee, ich buch einen Kanzler jetzt. Oh Gott, der Fascho wählt. Lieber gar nicht Region als Falschregion. Ich kann doch nur Katrin nehmen, oder? Katrin oder Nico? Nico ist, nee, nee. Ja, oder du kannst mich nehmen. Naja, wenn ich weiß, dass du Fascho bist. Und du bist Händler, dann hab ich direkt verkackt, Alter. Du kannst auch nur sagen, du bist so ein scheiß Wichser, ne? Ich hasse dich gerade. Ich würde am liebsten gerade mit einem Messer hinter dir stehen und durch den Stuhl hacken. Ja, aber dann kannst du jetzt alle gerade reden. Das ist ja unfair. Aber ich bin immer noch liberal. Gut, dann sind alle bereit. Drei, zwei, eins, los. Dennis. Ja, jetzt kannst du das. Ja, jetzt kannst du das. Ich bau den Hitler. Ja, nütz. Bist du Hitler? Bist du Hitler? Wer weiß nicht Hitler? Ich bin nicht Hitler. Oh, scheiße, langsam wird es echt übel schwer nach Hause finden, wer jetzt. Es ist doch los, Hitler hat... Was wäre denn eigentlich, wenn jemand lügen würde? Ja, dann... Also wenn du das... Hä, jetzt würde... Ich kann nicht fragen, ob ich Hitler bin. Nee, nee, das musst du im Ernst beantworten. Was? Ob du Hitler bist, also wenn du dran bist, muss das erst mal beantworten, weil dann ist das Spiel vorbei. Ja, okay, ich bin nicht Hitler. Ja, aber auch abgesehen davon, wenn du sagst, ja, du bist Hitler, hast du doch das Spiel gewonnen. Warum soll ich schon... Ich glaube, Tim ist Hitler. Das macht ja kein... Nein, Tim ist nicht Hitler, denn das Tim ist... Warum willst du das wissen? Natürlich ist es jetzt so schlau, denn wenn Tim jetzt eine rote Karte hat, dann möchte er sie unbedingt durchbringen, damit er Paul erschießen kann. Ja, weil er weiß, dass ich kein Fascho bin, aber es trotzdem weiter behauptet, weil er ein scheiß Lügner ist und selber Fascho ist. Ironischerweise wirklich tatsächlich Paul-Lügner ist, die Wahl. Wenn Paul... Ich würde aber auch gehen, einfach nur die Runde zu gewinnen, weil ich glaube, dass du Hitler bist. Wenn ich jetzt umgemacht werde... Das hilft, dass Tim ein Fascho ist. Ohne Scheiß, weil du bist Fascho. Ich habe in der Scheiß Karte geguckt, können Sie mir jetzt glauben oder nicht, aber Tim ist ein scheiß Lügner. Doch, ich fange auch keinen Sinn, Alter. Ich fange auch keinen Sinn, du bist trotzdem scheiß Lügner, aber das macht auch keinen Sinn. Ich fange gerade Paul echt ein bisschen an zu glauben, so, ich weiß nicht, aber... Ja, weil ich mich über Lügner... Ja, aber... Aber... Jetzt lass mal uns sehen, was du sagst. Ah, ich wusste es. Ja, okay. Nico, was für Hitler? Nein. Ihr könnt was sagen, wenn ihr was sagen wollt. Hä, ich dachte, du wolltest Paul umbringen. Wollte ich auch, aber ich habe kurz drüber nachgedacht, wenn Paul jetzt nicht tatsächlich Fascho ist, aber nicht Hitler, dann ist es wahrscheinlich ja, dass Nico Hitler ist. Paul würde sich nicht so darüber abfacken, dass er nicht Hitler ist, wenn er tatsächlich Hitler wäre. Hä, ich fange mich darüber, dass du mich jetzt Fascho bezeichnest. Du bist Fascho! Warte mal, bin ich jetzt blau? Du bist wieder Präsident. Nee, was auch. Du hast das Präsidentenschild schon vor dir. Ah, ich habe das vor mir. Okay, das bedeutet, ich muss diesmal Karten ziehen. Ja, genau. Du musst jetzt erstmal Kanzler wählen. Wieso war ich denn jetzt? Nee, ich bin Kanzler. Äh. Nee, sie war. Äh. Äh. Scheiße, wir nehme ich. Also zur Auswahl stehen Demi, Kalla, ich und äh. Äh. Nein, du nicht. Tim kann nicht. Du hast doch das Ding hier. Ja, ist ja okay. Demi, Kalla und Paul stehen zur Auswahl. Also Demi ist auf jeden Fall nicht Hitler. Den kannst du safe nehmen. Patrick ist wahrscheinlich auch nicht Hitler. Was ist eigentlich mit Kalla? Kalla ist recht ruhig. Kalla ist immer ruhig. Hi. Was geht? Kalla ist immer ruhig. Das kannst du nicht als Argument nehmen. Ja, aber ich glaube, der schleicht sich gerade um alle Diskussionen rum. Das kann auch sein. Ja, ich war der Einzige, der bisher eine vernünftige Diskussion führen wollte. Und es kamen nur Bullshit-Argumente, ja? Vor allen Dingen, ich hab Patrick ja die Wahl gelassen zwischen einer Fasche und einer Liberalenkarte. Er hat die Liberale genommen. Wir haben vorhin festgestellt, dass Hitler die Liberale zu fahren würde. Stimmt. Ja, okay, dann könnte ich meinetwegen Hitler sein, ja, aber... Ja, Kalla war beim Erschießen-Rechts-Move, das stimmt. Hm. Ja. Ja, okay, der hat safe... Also mit dem hier hast du natürlich einen Safe-Call. Paul, der ist nicht Hitler, das heißt, die Runde geht weiter. Aber wenn jetzt natürlich eine Paschel-Karte durchgeht, dann ist es auch... Wenn wir wählen... Ja, dann... Dann geht halt die Paschel-Karte durch und dann wissen wir endlich, dass du ein verkackter Lügner bist, du. Also ich würde eher Demian wählen als Paul. Ja, ich auch. Kalla. Kalla. Kalla ist gut. Danke. Und... Hannes? Selber steht, du wolltest keinen Tabletop-Stimulator. Ne... Hannes hat mich gespoilert, ich weiß... Der weiß alles. Solange er nicht sagt, das ist ja egal, ob ich... Okay, drei, zwei, eins. Ja, ich finde, Tim ist damit äh... Naja, Tim ist damit echt... Warte kurz, Demi, bist du Hitler? Herz. Er hat doch schon ne Karte, hä? Er hat doch schon ne Karte, hä? Er hat doch schon ne Karte, hä? Sie gaben doch Demi erst gerade genommen. Ja, dann kriegt er noch ne zweite. Nice, ich bin doppelt not-Hitler-Confirm. Wobei, doppelte Verneinung hebt sich gegenseitig auf. Ja, genau. Jetzt muss ich die Karten ziehen, ne? Ich bin aber auch nicht Hitler. Bist auch tot. Was passiert denn jetzt eigentlich bei Blau? Bei Blau passiert nichts, ne? Bei Blau passiert nichts. Wenn jetzt ne Rote kommt, dann ist es vorbei, dann haben die Faschisten gewonnen. Dann wissen wir alle, dass Tim ein Lügner ist. Ey, ich hab noch nie so nen Dreckigen Fascho gesehen. Ohne Scheiße. Vor allem der lügt die ganze Zeit. Ohne Flax, der lügt die ganze Zeit. Ihr werdet Tim nach der Runde nie wieder vertrauen. Ohne wirst du wieder jetzt darauf beharrt. Das find's mega lustig. Tim, ich messe gerade Wahrheit. Sein Lügenboy. Ich würde mich an jeden Lügendetektor anschließen lassen. Ja, weil wir wissen, dass du lügst. Ich sag es mit voller Überzeugung. Paul ist Fascho. Überzeugung. Überzeugung. Du darfst nichts sagen. Meine Fresse, so schwer ist das doch nicht. Ich will kurz mal anmerken. Ja, übrigens, ich bin liberal. Tim ist ein fucking Lügner. Bist du das? So Leute. Ich will mal kurz anmerken. Ich hoffe, ihr werdet Tim nie wieder vertrauen. Ja, weil der ist ein verkackter Lügner. Und ich hoffe, das haben alle gemerkt. Miko war der letzte Fascho? Sein Lügner. Ich hab den Dennis noch nicht mal ne Wahl gegeben. Was glaubst du, warum ich dich die ganze Zeit gewählt hab, Tim? Ich will mal kurz anmerken. Ich hoffe, niemand von euch vertraut Tim jemals, wenn er mit voller Befond. Ohne Witz. Das ist so. Das war ja auch alles logisch gewesen. Alter. Ichаюсь. reibt fe